Hey und Willkommen, ich bin der DAS und ich begrüße euch zu einer weiteren Runde. Mit dabei ist der Rooki, aka Rofi. Äh, hi, was... äh... Ähm... Was hast du denn für ein Matschgesicht, Alter? Siehst aus wie Schwingen dein Ding, Alter. Ah, ja, jetzt geht's los. Hast du das gerade auch gehört? Ja, 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 ja. Ne, ich hab, äh... Dein Kopf sah aus wie so eine Matschspierne, Alter. Warte mal, die Server sind nicht so stabil heute? Ähm, ja, es ist Corona-Server. Boah, ich würd mal hier gerne hingehen, ne? Komm. Stadion? Ne, Query. Qua, 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 quack, quack. Doch, einfach jetzt Fallschirm ziehen. Zack. Äh, open your parachute. Ficcis. Bleh. Ich kann nix machen, ne? Hä, du konntest keine Leertaste drücken? Doch, doch, ich gleite hier, aber ich kann nicht... Nein, einfach nur, einfach komplett den Fallschirm ziehen. Also ich komm zu Query-Easy. Nicht ohne C. Ja, ja, ich hab ja... Digga, du bist 200 Meter tiefer. Ich bin grad einfach so runtergefallen mit Fallschirm. Sind wir ja grad wieder in der Südkorea, äh, Corona-Firma hier? Die Leiter... Riccardo kommt maximal, maximal bis nach, äh, TV-Station. Also ich komm nach Query, das ist auch kein Problem. Ich hab was Besseres. Neben mir gleiten aber auch Leute noch, also so zwei Stück. Nein! Ich hab den Hubschrauber verkackt. Nimm den Hubschrauber. Ja, will ich ja gerne, ich hab's verkackt. Soll ich nach unten kommen ganz schnell? Wenn du bockst? Ja komm, ich komm jetzt schnell nach unten, hol den Hubschrauber. Hup, 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 nimm den, hup, 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 mach den Schrauber, Schrauber, Schrauber. Komm, ich hol dich ab von unten, komm. Nein! Bin drin. Und jetzt ab nach Query, los. Wo ist unser Mate? Der ist da unten, der ist da unten geflogen und das hat sich instant umgebracht. Ich hoffe, ich kann das so übersteuern, dass es nicht, dass man das hört. Ach, ja. Markier den mal. Boah, es leckt, ne? Es leckt halt so hart. Ich hab mir mal Patzerplatten gekauft. Patzerplatten gekauft? Ja. Du weißt schon, dass hier überall noch vielleicht welche liegen? Ja, egal. Hauptsache ich hab ein paar. Egal. Denn Ricardo ist einfach egal. Didi, 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 didi. Ihm ist alles egal. Ich hab eine Schutzweste gefunden. Ich hab eine Schutzweste gefunden. Ich hab eine Schutzweste gefunden. Hier wurde ich letztens so eklig weggerusht. Ich hab eine Schutzweste gefunden. 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 Ich hätte die nicht gekauft. Äh, ja. Seh ich, glaub ich, auch einigermaßen. Alles geplant, ja. Wir werden gleich angeschossen, dann kann ich die gebrauchen. Ja, hinter mir im Dingens war, glaub ich, gerade einer. Im Haus. Im Haus? Mh. Da. Boah, ist das am lecken, Alter! Ich wurde grad schon wieder zurückgepackt. Weil ich hab da Steps gehört. Entweder war das hinter mir oder ich weiß das nicht. Oh, hier war ich noch gar nicht. Oh, hier ist ein X-Bow und ein Sniper. Hier ist ein Schaffschützengewehr. Ich kann das Ding fliegen. Was ist das hier, ein Kampfmesser? Möchten Sie gerne mit in meinen Algentransporter? Ja, ich suche grad hier noch ne Kist. Äh. Oh, er hält. Ich wollte schon im Rotor springen. Okay, wir sind drin. Auffassen, ob sich was führt. Huuu. 213. Hier wird geschossen. Nee, fuck. Hinter mir. Wo? 25. 25 Norden. Ich probier zu markieren. Ich schlieg mit dem Drone. Da oben auf dem Leuchtturm. Oh, wie kann ich denn hier runter? Hallo? Ah, sinken. Hast du ne Sniper, bitte? Nein, hab ich nicht. Hat sich gerade erledigt. Bist du tot? Der geht runter? Nein. Nein. Hier drüben sind Primärgranaten. Okay, nee, schon gut. Ich krieg den nicht. Die können wir theoretisch zusammen holen. Na komm, mach's hin. Die können wir eigentlich rein aus der Theorie her zusammen holen. Ich glaub, der ist alleine. Jaaaa, ich hab legendäre SMG. Das kann sogar der sein. Das kann sogar der Typ sein. Wow. Hier schieß einer. Oh ja. Von hier. Da oben hab ich markiert. Ich hab ihren EMG. Oh oh. Der ist auf uns. Wow! Hab ihn gut erwischt. Ich probier den Rücken freizuhalten. Ah, noch einer. Rakete, Vorsicht. Ich renne jetzt hoch. Und versuche ihn zu ficken. Ja, probier's bitte schnell. Okay, hier geht's nicht hoch. Ich muss mich halten. Pass auf, da sind noch andere, ne? Ja. Ja, ich hab ihn! Ich bin aber auch selber down. Komm her. Nein! Ich bin down. Mann, ich hab... Ich wollte nämlich... Ich hab mich selber gedown mit dem scheiß Heli. Ich wollte nämlich ein bisschen hochfliegen. Den Heli runterfallen lassen. Äh, warte, ich sag dir wo der ist. Links, links, links von dir. Mach dich bereit. Du bist als Nahrung. Kommt, kommt. Schön, ja. Ha, 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 ha. Oh nein, Revolver. Ich... Du musst mich, glaube ich, gleich wieder kaufen. Du bist dran, Soldat. Zeig dir zu dem Mistkerl, wo der Hammer hängt. Ja, ja, genau! Deine Mutter steckt nach... Maggi! Ich geb den Headshot mit dem Revolver. Und der gibt mir mit dem Buddyfist. Das ist doch doof. Äh, ja, 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 ja. Da ist ganz viel Geld, Riccardo. Riccardo, vor dir. 2.000. Wo ist das Ding? Da. Es fehlt noch ein Tausender. Oh, du hast eine AOG. Aha. Oh, hey, die sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wo ist das Ding jetzt? So, ich hab aber noch nicht genug. Okay. Wo ist das Ding jetzt? Wollen wir? Ein Auto. Sind ausgestiegen. Über dir? Mhm. Du hast doch die Waffe grad gesehen von seinem Arsch. Ich hab mich erschrocken. Übrigens ist wieder ein Abo dazu gekommen. Willkommen, willkommen. Guck mal hinter dir. Wir rennen hinter dir rechts weg. Oh, hinter dir. Zwei Stück. Kein Geld. Picardo. Du hast gleich keinen Schuss mehr. Hinter dir. Dreier Schuss, ne? Vorsicht. Der verrätst den. Du rennst ins Gas. Ich weiß. Dein Aim. Komm. Na hallo. Nein. Junge. Was war das? Ein paar K.O. Okay. Das war wohl nicht so toll. Ich darf direkt ne neue Aufnahme, Junge. Ich hab die toll gemacht, das musst du drum machen. Ja. Ich behalte das drin. Aber wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Tschüss. Auch rein. Tschö. Mit V.